Wir haben vor drei Jahren das Haus gebaut und waren sehr zufrieden mit dem Bauablauf. Wir hatten auch viele eigene Ideen gehabt, meine Frau hatte viele eigene Ideen gehabt und die wurden eigentlich fast alle auch so umgesetzt, wie wir es wollten. Wir haben uns eigentlich gut eingelegt hier, da ist es schön geworden und auch mit dem Bauausführenden Führung waren wir sehr zufrieden. Wir haben eigentlich alle ordentlich gearbeitet und es gab wenig Probleme. Und wenn es mal Probleme gab, dann waren es eigentlich so schnell geeinigt und es gab immer eine Lösung dafür. Ich kann eigentlich die Firma noch weiter empfehlen und jeder, der den Plan hat nach Hause wollen, kann ich eigentlich bestätigen, dass Rostov gute Arbeit gemacht hat.